Die Welt ist nicht weiß. Sie ist nie weiß gewesen, kann nicht weiß sein. Weiß ist eine Metapher für Macht. In Amerika war ich nur um Kampffrei, war nie frei auszureden. Wir brauchen eine Aktion, von irgendwelchen Aktionen, von irgendwelchen Wissen. Sie brauchen uns zu sprechen, Sie brauchen uns noch mehr. Sie brauchen uns alle. Die Frage, die sich selbst zu fragen, ist, warum es notwendig ist, dass eine nigger in der ersten Stelle zu haben. Ich bin nicht nigger, ich bin ein Mann. Aber wenn du denkst, ich bin nigger, das bedeutet, dass du es brauchst. Und du findest musst, warum. Und die Zukunft der Kommission wird auf das.